www.residentjewel7.de Wir befinden uns übrigens, um nochmal in Erinnerung zu rufen, uns in dem Video, das uns die Evelyn gezeigt hat, das wir uns ansehen sollen. Wir sind ein bisschen härter als die im Haus. Wir haben aber eine Utz bekommen. Okay, was ist da? Kann ich das nehmen? Nein. Okay, keine Reaktion. Wir sind hingefahren auf zwei. Keine Reaktion. Zwei, kann ich auch nichts. Da, keine Reaktion. Drei. Keine Reaktion. Hm. Okay. Ich hätte irgendwas fallen lassen. Müssen wir weiterschauen. Wir sind im zweiten Stall. Jetzt geht's. Okay. Schauen wir mal. in die Hocke. Auf der Uhr sehe ich, wie weit die Kleine entfernt ist. Wir entfernen uns gerade. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, wir kommen aber wieder näher. Wow. Steht da nochmal auf. Vielleicht habe ich mir jetzt nicht den Kopf abgeschossen. Na, derweil bleibt er liegen. Hoffen wir, dass das so bleibt. Gut. Puh. Da kommt jetzt. Krepier. Machen wir da reinschauen. Da haben wir nichts zum Aufmachen. Was liegt da? Ja. Bombe mit Fernsünder. Die bauen sich ja geil auf. Die Kletter muss ich hier hin. Machen wir das gleich mal so. Ah, wie geht denn das? Ich kann ihn nicht nehmen. Okay. Machen wir das so auf die alte Art. Da liegt einer. Hallo? Okay, der ist tot, glaube ich. Schauen wir da weiter. Okay. Da kommen zwei Türen. Haben wir da was drinnen? Da haben wir nichts. Schmelzen. Schmelzen? Ja. Gepäck. Aufschmelzen. Vielleicht kann ich da mit Fernsünder. Machen wir mal. Okay. Was haben wir denn da? Ätzmittel. Was ist das? Chemikalien. Machen wir mal. Und mal Ätzmittel drauf. Ja, Baby. Mal den richtigen. Solange wir da noch was haben. Oder sollte lieber noch das mit dem Messer. Böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr in den Aborten. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück. Okay? Wo bist du, Evie? Wo ist sie? Evie. Wie? 33 Meter weit entfernt. Kommen wir da irgendwo weiter. Kann man auch nichts machen. Ah, da ist sie. Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Erlen. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir für Sorgen, wie du Endlich zurückbekommst. Der stirbt jetzt, oder? Ich mach mir nur Sorgen, wie ich die Endlich zurückbekomme. Okay, da sind mehr Freunde von ihr. Habe ich als Special Agent Mia. Hab keine Angst. Oh. Ah, mein Messer fertig gemacht. Genau. Wo ist sie? Okay. Da können wir auch aufätzen. Was haben wir da gerade? Bombe mit Fernzünder. Ätzmittel. Genau. Und da noch irgendwas? Nein. Ja. Da braucht's. Was haben wir da? Maschinengewehr Munition. Gerade. Mach dich. Fertig. Das ist der von vor, oder? Boah! Das Schienengewehr. Gehen wir. Ah! 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 Moment. Jetzt können wir da Chemikalie verwenden mit dem und können uns gleich einmal heilen. brauchen wir auch noch eine Chemikalie oder so. Ein Mittel. Da ist sie schon wieder. Wo fahrt ihr hin? Ersten Stock. Zweiten. Dritten. Dritten. Dritten Stock. Dritten Stock. Dieses Loch gefällt mir auch nicht. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Die Notfallverriegelung. Okay. Wir sind ja im zweiten Stock. Second Floor. Da gibt es eine... Ah! Da gibt es die Tür, die man aufetzen kann. Warte mal, in welche Richtung muss er da gehen? Links. Schauen wir mal. Da gibt es eine Tür zum Aufetzen. Das ist so quasi Dietrich für sie. Wollen wir mit Fernsehen da. Mal die mal anschauen. Oh! Da ist ja gerade ein schlechter Zeitpunkt. Schlechter Zeitpunkt, Junge. So, jetzt aber anschauen. Schaut witzig aus. Stehen die Dritte raus. Eine Bombe, die mit einer Fernbedingung zündet werden kann, drücken sie, um sie zu zünden. Okay. Da ist auch noch so eine Tür zum Aufetzen. Bumpel mit Fernsehen da. Wie geil. Sehe ich meine Uhr nicht? Da war die Tür, wo ich nicht durch konnte. Das gibt es mit der Bombe nicht. Einmal ein Kraut nehmen und Chemikalien, super, können wir gleich verwenden. Da, weiter schauen, wo ist denn die jetzt hin, wo muss man da jetzt hin, ah da ist eine rote Tür, andere Richtung, gleich eine rote Tür, von der anderen Seite verschlossen. Muss man das vielleicht freischießen, wo kann man das da nirgends hinlegen? Was gibt es denn nicht, na, mach, mach die da hin, okay, da kann ich es hinstellen, so geht das also. Warte, hier aufspreng ich die Tür. AUSCH! Na. Wirds ein bisschen blöd von mir. So ein Kraut nehmen. Kontrast da. Hochschul. Hm. Und da andersrum rennen. Alarm ist aber mal ausgelöst. Die sind da raus und sind in die Richtung mal gelaufen. Kann man halt da hinlaufen. Vielleicht zu ihm. Er ist weg. Okay. Er ist weg. Er ist weg. Nichts. Nichts. Jetzt taucht sie sich hier irgendwo gleich auf. Ich kann doch mit da herlaufen jetzt. Schauen wir mal auf die Karte. Evelyn verfolgen. Okay. Aus dieser Etage kommen wir aber auch nicht auf die Treppe. Okay. Also wir sind da quasi gefangen. Da muss irgendwo ein Rätsel sein. Dann kann ich da hinauf klettern. Okay. Da kann ich nichts machen. Wohin gehöre ich denn? Da liegt noch ein anderer Zettel. Nein, das ist noch der, den wir vorgelesen haben. Da kommen wir auch nicht durch. Gut. Schauen wir weiter. Da muss es einen Ausweg geben. Vielleicht hat es was mit den Bomben da auf sich. Ich muss da auch ein paar hinlegen. Ich muss da auch ein paar hinlegen. Ich muss da hinlegen. Ich kann das nicht wegnehmen. Ich muss da hinlegen. Ich muss da hinlegen. Jetzt? Ah, da ist ein Loch. Hinaufklettern. Genau. Ah, da geht es weiter. Schön. Mal rauf oder runter? Schauen wir mal rauf. Alle gute Wege führen nach oben. 42. Ah, das wird näher. Haben wir da irgendwas übersehen? Schauen wir mal. Munition oder so. Wie viel haben wir denn dann noch? 24. Ist nicht sehr viel. Wollen wir schauen mal auf mein Messer. Das ist der Raum, wo sie uns die Videokassette eingelegt hat. Vorher da. Da ist der Kollege. Der Elm. Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Er stirbt jetzt. Aha. Das war's. Ah. 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 Ah, ah, eh, 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 eh. Ah, ah! Ah, 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 ah. Nein, wir sind infiziert, ja, infiziert, schlecht, was haben wir da, können wir nicht aufmachen. Ei, 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 der Computer, okay, ist das nicht das, was am Anfang passiert? Ethan, du hattest recht, ich hab dich angelogen, das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen, wenn dich dies erreicht, such mich nicht, vergiss, dass du mich je kanntest, hab ein gutes Leben. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020